Langsam, Marc! Nichts! Der hat so viel rausgekauft, 4,90 stand gerade. Und dann hat er zu ihr gesagt, ne 4,90. Und dann hat er so rumdiskutiert und sagt, da hat er ja alles. Und dann hat er so viel rausgekauft. Der Geiger, der Geiger. Jetzt aber überzahlen. Steffen, Steffen steht. Machen! Auf jetzt! Lass den Ball hergehen! Das ist Christian! Also wir endlich her. Das geht doch gar nicht so was. Dann muss ich das vergleichen. Leider genug Zeit, was wir auch! Super passt. Das konnte ein Leider unter dem Ball weg.